Leute, ich will mich gar nicht so viel bewegen, weil es einfach zu heiß ist, Freunde. Heute spielen wir Mega Knockback Free For All, also heißt Super Smash Bros. in Fortnite mit meinem Freund Kalle Andro und der Wicke. Und man bewegt sich auch im Winter nicht. Was ist winterlich? Und man bewegt sich auch im Winter nicht. Also macht keiner Wicke. Okay, Freunde, wir starten rein. 30 Eliminierungen, Jungs. Ihr wisst, es wird wieder getrashtalkt, jeder geht schlafen. Und lasst ein Like und ein Abo da, falls ihr so eine Formate feiert, wo wir uns einfach nur killen und fighten, Freunde. Ich feier's, die Jungs feiern uns auch. Lasst ein Like und ein Abo da und wir starten rein. Let's go. So, Jungs, seid ihr bereit? Normal, normal. Ihr seht links unten unsere Punktzahl. Das heißt, wenn wir eine gewisse Prozent an den Punkten haben, fliegen wir einfach weg. Und Kalle ist AFK, das feier ich. Bin ich AFK? Haben wir jetzt noch geladen? Ja, ich war stark zwischen zwei Leuten, Digga. Ja, okay, geht halt beide auf mich. Geh lieber. Digga, ich hab gleich 700 Punkte, Digga. Okay, ich auch. Ja, Kalle fliegt. Fliegt, Junge, fliegt. Digga, André schießt mit gefährlichen Waffen. Wer kann? Geschlafen? Oh, 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 oh. Oh, oh, Digga, ich hab schon richtig viel gassiert. Jürgen, Kalle. Kalle hat bestimmt 1.000 oder so. Nee, ich hab 7.70. Okay. Also, ich darf noch mal. André, was willst du eigentlich? Äh, das ist ja voll eklig. Hä? Ich wollte mir jetzt Pöppelgranate aufzuschießen, Pöppel. Ich glaub, jeder hat auch ein anderes Lowdown irgendwie. Boah, das gibt viel Damage. Ich hab Angst rauszuholen. Ich hab dich auswirken, Junge. Hör auf, Junge. Bis jetzt ist noch keiner von uns gestorben, Jungs. Haha, er spielt mit mir Bungie, Digga. Au! Oh, du mal. Komm noch her, du Hund! Okay, wir haben gemeinsam Feind. Digga. Okay, wir haben echt gemeinsam Feind. MBG. Ist so. Junge, ich treff ihn nicht, weil er einfach fliegt wie ein Bungie. Flieg, Junge. So wie du fliegst, muckst du? Guck mal, geh mal nicht in die Ecke, Junge. Guck mal, geh mal über den Bäumen. Über den Wolken. Aber Kalle hat auch schon gut kassiert. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, Grappler, wir haben einen Grappler, um uns zu safen. Irgendwann bringt der aber auch nichts. Okay, Loot Drops kommen runter. Das heißt, wir können uns noch geile Waffen rausdroppen, Leute. Ich glaube, dass du bei Smash, du kannst du Items holen, die deine Prozente weniger machen. So healing-mäßig. Ja, geh mal weg von meinem. Loot Drop, Junge. Ey, geh weg! Okay, wir wollen uns den Loot Drop schnell, schnell, schnell. Wenn wir uns irgendjemanden sieht, gönnen wir uns den Loot Drop. Was kriegen wir raus? Ehrelust. Oh, Grappler. Geschlafen. Ich habe die krankeste Waffe, seid vorsichtig, ich sag's euch. Oder muss nicht. Kalle hat die krasseste Waffe. Junge! Das Ding ist, ich glaube, irgendwann... Oh ja, die Zone kommt schon. Die Zone kommt schon. Nein! Ich habe 1700. Links unten steht immer unsere Zahl. Wer fliegt da oben, Digga? Ich bin weg. Digga, ich schwöre es euch, meine, das ist auch wichtig. Jede Runde wird nur Kalle geprüft. Er hat nichts anderes gemacht, nur auf mich raufgegangen. Du bist so okay. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Bitte nicht. Nein, ich krieg Damage. Oh mein Gott. Nein. Ich habe den... Oh mein Gott. Okay. Oh mein Gott. Yo. Oh, neue Waffen. Geil. So geht's, ich gebe euch einen Stipe Shot. Ihr fliegt bis ans Ende der Welt. Äh, äh, was geht? Yo. Komm, komm, komm. Digga, danke. Komm mal, André raus jetzt. Junge. Oder, Mann, ich sag dir was. Ein Tipp, Digga, muck nicht. Okay. Digga, mir kann muck. Kratt. Mir kann muck, Kratt. Mich hast du auch angemuckt. Du fliegst jetzt in... Ey, Jungschen, Mann. Guck mal, Weltgeschirr. Ich habe schon wieder 1.000. Digga, man nennt ihn dann später noch Rotom und Kolumbus, Digga. Ich schwör. Er hat dort mal 3 entdeckt. Sü... Ja, balanciere mich in der Luft und... Nein, ich bin wieder in der Zone. Okay. Ja, kein Problem. Auf. Haben wir denn gelebt oder wie ist das hier aufgebaut? Ja, ja. Oh mein Gott, oh mein Gott. 30 Kills. Bis 30 Kills geht das. Ach so. Ja, das kriegen wir eh nicht voll. Aber wir machen 15 oder so, je nachdem, nach wie viel Zeit wir haben. Junge, Mirka, du bist tot. Sehr, sehr wichtig, Digga. Du bist tot. Jungs, ihr wisst, unser Feind, wer unser Feind ist, Jungs. Hab ich Kalle, der im Haus rumcampt, weil man ihn da nicht weglesen kann. Echt? Ich bin mit Busch. Also es ist echt eklig, Digga, Kalle. Wie ich sehe, wie er... Warte, er käme echt im Haus, ne? Nein, er ist am Stein. Jo, wo ist der hingeflogen, Digga? Oh, okay. Du muckst? Okay, du muckst zurück. Nein, Mirka hat mich geholt, Digga. Mirka hat schon wieder drei Kills, Mann. Warum haben wir den wieder eingeladen, Bro? Warum? Ich bin down, down. Ich spawn einfach im Dach. Oh mein Gott, ich habe eine richtig gute Waffe. Oh mein Gott, ich bin... Schneiden ist dumm, Schneiden ist maximal dumm. Ja, okay. Ich bin richtig gute Waffe. Problem, Mirka, mirka schießt du zu den Beinen so... Nein, das bin ich, das bin ich. Jetzt gehe ich auf dich. Mirka geht auf mich. Erinnust. Ähm, alles gut, ich fliege noch ein paar Schuhe. Hör mal auf, mich zu balancieren! Mirka hat Controller an, Digga. Ach, Digga, du bist eklig. Ich schwöre. Er hat echt Controller, ey, Bro. Er hat auch Sound, wie du das isch an. Er hat alles, Bro, er hat alles. Kondrilor. Kondrilor? Jürgen, piss dich! Irgendwann rast dich aus, Digga. Mirka macht beim nächsten irgendwas Battle. Ey, Digga. Mirka hat keinen Knockback, er hat Controller. Ja, ich sag's dir. Ja, Jürgen. Ja, ich habe Controller. Er hat einen Controller. Ich bin Optimus-Schwein, muck jetzt nicht. Yo! Yo! Digga, andere, hilf ich mit mir nicht ganz von der anderen Seite. Oh mein, ey. Okay, ich habe Kalle. Aha, okay, ich bin down. Wohin willst du? Wohin willst du? Wer hat jetzt die Minigun? Oh, Jürgen! Überdehung! Wer hat jetzt die Minigun, Digga? Digga, willst du... Der Bodo, man hat so dicken Damage gegeben. Was laberst du? Oh mein Gott. Du hast gar keinen Damage gegeben. Ey, was hat er für eine Waffe? Der Bodo sagt, okay, Waffe, ich gucke, er hat Javelin-Launcher. Der hat ja erst noch nach oben fliegen, dann will er nach oben fliegen. Ey, das ist übeln Müll. Geh, Jürgen! Jürgen, Mirkan geht schlafen, Bro. Flieg und Sieg, Digga. Das ist meiner! Digga! Sigar! Sigar! Ich habe ihn gekriegt! Ach Digga, du bist so... Du bist so Schmutz. Man kann nicht mal dagegen grappeln! Ich wollte gar nicht sagen, er muss wegen Ehre von Mutters Stolz. Jürgen, ver***t euch mal, Digga! Digga! Bro, er hackt. Bro, er hackt. Er hat so an, du bist so ein dreckiger, du bist so dreckig, Mirkan, selbst Schmutz hat Angst vor dir. Jürgen! Komm, mir geht's! Wie kann! Okay, sauber! Hat der geschweckt? Geflieg mal! In den Baum! Was hat der für Waffen? Er hat Explosivwaffen, Bro! Er hat Explosive! Ey, wir müssen mehr! Kein Choken, was gehst du auf mich in meinen Rücken? Okay, wir ziehen durch... Nein! Oh mein Gott, ihr seid so am Arsch! Oh mein Gott, ihr seid so am Arsch, Jungs! Ich geb dir mit Pistol in dein Gesicht, Junge! Are you mad, Bro? Are you mad, Bro? Der Kolo Kallis, man sieht dir nicht mehr! Er hat nicht mehr bei mir gerettet, Digga! Are you mad, Digga? Jürgen, flieg mal weg jetzt mit deinen 2-Millionen-Leben! Ey, wenn ihr mir Mirkan klaut! Nein! Wenn du mir jetzt Mirkan klaust! Er hat MK7 des Grauwinds geklaut! Ey, Digga! Jungs! Hast du mir Mirkan geklaut? Weiß ich, ich hab Double Damage! Schmuck lieber nicht! Okay, ich hab nichts gesagt! Alles gut, egal! Abgestoppt! Ey! 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 Kann ich schieß mich an, bitte! Ich hab zwei Kills, bis jetzt mal die Jungs so ablaufen! Ich schwore, Adrat, Adrat, weiter! Ich hab euch beide gekillt! Oh mein Gott! Jaaa! Würde ich jetzt auch erzählen, Digga! Lügen, lange Lügen werden! Also, kann ich ehrlich nicht auf dich! Ich brauche diese MK7 von André direkt! Wo ist er, wo ist er? Ich geb sie dir, wenn du willst! Ich geb sie dir, wenn du willst! Wenn ich ihn holen lasse! Du denkst, du kommst wieder rein! Einer! Stopp! Ich hab! Ich hab abgestoppt! Ey, hast du echt abgestoppt! Du bist so ein Pisser, Bro! Nee, ich hab zwei! Ja, deswegen sag ich ja, wir müssen auf Mirkan, Bruder! Alle! Kalle! Achso, hab ich Kalle gesagt! Entschuldigung! Entschuldigung! Ich mein zu Mirkan! Entschuldigung! Entschuldigung! Geht da wieder Aula auf mich! Alle gehen auf mich! Deine Mona mit der weich Kaffee trinken und sie hat's geliebt! Nein, ich bin nicht gedauert! Du kannst nämlich das entnüpfst auf, den du machen kannst! Ich sag dir, wie es ist! Oh Mann! Wenn ihr mir den jetzt klaut! Ich höre dich erstmal aus! Hey! Wenn ich geklaut! Oh Mann, gehen wir in die Zone! Ich hab ihn nicht auf! Wir kommen! Wir kommen! Das Spiel ist so gut! Ey! Wer hat mich geklaut? Alles Waffe ist OP, Junge! Wir müssen die gehen! Ey, ich hab keine OP-Waffen! Du bist OP! Ich hab so ne gute Waffe! Ey, die Kalle hat grad 8.000 Schaden in 2 Sekunden kassiert! Laber nicht! Ja! Ich geb auch Schaden! Hallo! Nimm ne gute Waffe, Leute! Komm, 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 komm! Ihr fliegt! Das ist ne gute Waffe und jetzt! Bats! Geh schlafen! Gar kein Sinn! Wir gehen auf Mirkan! Wir gehen auf Mirkan! Ich hab Impuls-Bogen! Ich werd von überall an gesehen! Und grad drei Leute gehören! Wo seid ihr denn? Ja, nun mal gehen auf dich! Komm auf Leaderbrood! Die Zone wird immer kleiner! Es wird immer ekliger! Sonde wird immer kleiner! Sonde wird immer kleiner! Sonde wird immer kleiner! Sonde wird immer kleiner! Ohala! Tamam Abi! Was hab ich dir jetzt getan? Ey, wenn wir Freunde sind... Bist du... Du bist doch kein Freund mehr bei mir! Ich werde Freundschaft mit dir! Nie wieder werde ich mit dir irgendwas freundschaftliches machen! Jo! Für André ist doch grad... Ach, ich... Digga... Wer... Was André ist grad? Du bist erster, Bro! Oh! Ich hab da Kalle abgestaubt! Hör auf! Ich bin da nicht Kalle, du Dummkopf! Oh, du mein Krieg, Kombo! Ich hab gar keinen abgestaubt! Ich hab... Warum gehst du jetzt auf mich, du Müllk... Ach Digga, ihr seid solche Müllmenschen, Digga, wirklich! Erwartet ab in euren Aufnahmen! Weißt du, was ich in euren Aufnahmen mach? Ich werd euch in euren Aufnahmen kaputt machen heute! Ich werd so reinschwitzen, so wie ihr schwitzt! Jetzt, guck mal, meine Ska! Meine Ska, Bruder! Meine Ska hat dich dein Leben genimmt! Boah, du hast vier Kills jetzt! Bats, Junge! Ich hab einen! Was willst du jetzt? Was willst du von meiner Ska, Bro? Was willst du von meiner Ska? Sag mal! Goldenen Pink! Kalle, ich lass dich am Leben, Bro! Wenn du mit mir auf Kalle geh... Äh, auf... Ach Digga! Andre, ich geh nicht auf dich, weil ich hab nur ein Ziel, weil er will Team mit mir... Ist so! Er will 2-on-2, wir machen 2-on-2! Was? Ich will kein 2-on-2 mit euch! Warum krieg ich Kalle? Ich will nicht Kalle! Niemals! 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 Ich kann nix machen! Oh, oh, oh! Wo? Was hast du da oben gesehen, sondern ehrlich? Du warst der erste Menschenhaut, Digga! Ich hab... Du brauchst Kalle, Digga! Du brauchst ja keine 31. Ich hab ne Fahne, Digga! Bro, ich hab ne Fahne, Digga! Weg! Kannst du mal deine Fahne? Bro! Er redet und unterbrechen! Ich schwöre, ich juck mich! Ich hab gar nix! Ich hab gar nix! Gar nix! Gar nix! Und Kalle machen Team? Nein, machen wir nicht! Wir sind... Wir leben in Koexistenz, weil wir die Loser gerade sind! Wir sind die Lebensloser! Wir müssen koexisieren! Sonst haben wir keinen! Du kriegst es mit Slifer, Digga! Das war zu viel! Weg hoch! Ah! Kalle, was springst du in meinen Schuss? Pam, wo bist du hingesleidet aber? Aha, ich bin... Ich wollte... Tschau, geschlafen! So ist Out of Zone also! So, Salazis! Was will der jetzt hinter uns? Also rechnen wir die Kills der Teams zusammen? Nein, machen wir nicht! Nee, nee! Wie? Jedes Spiel für sich! Wir spielen hier zusammen! Wir spielen hier zusammen! Wir spielen hier zusammen! Wir leben in Koexistenz! Händchen, Händchen, Digga! Ich seh das doch! Nein! Stimmt nicht! Kalle ist in meinem Rucksack drin! Guck ihr! Ich hab ihn auf ihn geschießt! Viel Damage! Komm, Händchen, Händchen, Digga! Ich hab mich gerettet! Ich bin so ein Retter! Ein Rettier! Ein Rettier! Digga, Kalle hat ihn gegessen! Kalle hat dich gegessen! Ach Digga, Kalle! Du bist so Schwunz, man! Hat dich gegessen! Der Koexistenz, man! Der Händchen, Händchen ist vorbei, Digga! Der Händchen, Händchen ist vorbei, Digga! Ich sag doch! Komm, Händchen, Händchen gegen Mirka! Alle gegen Mirka! Oh mein Gott! Ich bin durchgespielt! Ich bin durchgespielt! Ich bin durchgespielt! Guck dir das an! Guck dir das an! Guck dir das an! Ich kack ab! Leute, ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie wir gerade! Und nächstes Mal machen wir das... Boah, stell dir mal vor, das mit Community, Digga! Boah, das wird lustig! Also Leute, wenn ihr mitspielen wollt, nächstes Mal jetzt in die Kommentare schreiben und einen Like da lassen! Ich will mindestens 1500 Likes haben! Warte ab! Das war's jetzt für dich, Mirka! Das war's für dich! Immer gibst du Slides und Dings! Hä? Ich hab die schlimmste Waffe der Welt, Bruder! Wo ist der? Hallo! Hallo! Excuse me! Guck mal, einfach aus Andres Augen raus, dann er geht euch von den anderen! Ja, nochmal! Er ist oben auf Maus! Oben auf Maus! Koexistenz! Sei ehrlich! Koexistenz! Koexistenz! Das war ein großer Fehler, Digga! Ich sag dir, wie es ist! Schwör! Digga, kann nicht! Deine Waffe hat gar kein Damage! Flieg, Junge! Aber du schubst! Ah, kurz reingetauscht! Wer ist jetzt bei der Zone? Ähm, MBK! Ich bin so stuck hier in der Ecke! Oha, oha, oha! Flieg um dein Leben, Junge! Bro, ich hatte Mirka gerade in der Zone, Bro! Ich hatte Mirka gerade in der Zone, Bro! Ich hatte Mirka doch in der... Ich hatte Mirka doch in der... Oha, oha, oha! Du hast auf mich geschossen und sagst Koexistenz! Ey, hör auf Kalle zu hitten, Bro! Das ist meiner jetzt! Ich hab ihn! Oh, schön! Was willst du mit deinem Excalibur? Excalibur! Excalibur, Bro! Was will der damit? Bringt gar nichts! Excalibur ist genau wie Hammer! Aber Hammer ist wild! Ich hab gesehen Hammer, wie wild er gerade bei dir war! Ich hab gesehen! Okay, ich bin down! Okay, Andret wieder MK7! Andret wieder MK7! Andret wieder MK7! Andret wieder MK7 oder so! Flieg, mein kleines Schweinchen! Flieg! Das erste Mal in deinem Leben! Wie du noch nie geflogen bist, Digga! Das ist gerade wie Dings und Boyard, Digga! Wohin mit dir, Bruder? Hier, hier, hier! Oh mein Gott! Nein, ich muss ihn davor noch tippen! Nein! Hat er überlebt? Du hast nicht Trommelpump, oder? Ja, Mann! Oh mein Gott! Trier! Wer geht aber noch von André Ehrenmann? Egal! Ehrenlos, wer immer nur von hinten so zwei Schüsse macht und nicht dabei reinkommt, der Ehrenloser! Guck mal, warte mal, warum schieß ich auf MK, Digga? Schieß, wenn du willst! Aber ich kill den, der auf mich schießt die ganze Zeit! Ja, ich hab Kalle schon erledigt! Ich hab Kalle erledigt! Ich war das nicht! Ich mein, es war Kalle! Guck wie der Ohr noch! Und! Leute, ihr habt's genau gesehen in meiner Aufnahme! Immer schieß über hinten, oh du mein! Du Hund! Muss ich dir mal Anlass jetzt geben? Das ist schade, Digga! Gib's mir! Gib's mir! Okay, ich gib's dir! Hier! Gönn dir jetzt ohne! Ne! Kalle! Merkst du eigentlich, dass sich keiner mit dir beschäftigt gerade, Digga, du kleiner Bonbon! Ich hab geklingelt! Ich schieß doch Kalle raus und dann geh ich kurz weg! Ich tuck aus, Digga, wirklich! Ich tuck aus! Wir spielen bis... Keine Ahnung! 15 oder so! Ich kann nicht mehr mit meinen Nerven, Bro! Ich hab Andrea auf Kalle bekommen! Du kleiner Hund! Gönn, Milkan! Nein! Ach, Digga! Du bist so schmutz! Du kriegst wieder die mächtige Scar in dein Gesicht, Bro! Die mächtige, Digga! Oh mein Gott! Ich hab ne Scar! Hier schlafen! Die Scar des Lebens! Komm! Jungs! Der Modus! Das ist der Lieblingsmodus von den Vermietern, Digga! Ich schrei hier rum! Ich schwöre ja! Meine auch! Digga, Jungs! Ich hab... Ich hab mir das... Äh... Guck mal! Guck mal! Den hier! Guck mal! Den hier! Nein! Nicht mit dir! Du bist mein Co-Pilot, Digga! Du willst mucken, oder man? Weil... Ich hab dich nicht mehr angeschossen, Digga! Du Hund! Du hast mich angesagt und guck mal den! Den! Ich meinte Kalle! Mit den! Lüge! Er meinte dich! Gieß auf ihn! Digga! Also ihr seid auch wie NPCs, wirklich! Ich schwöre! Kalle! Safe! Und... Und Mirka! Guck mal, Ina! Guck mal! Er chillt wie NPC aufs Dach! Digga! Es hat aber keiner was gesagt! Guck mal! Es war mir im Regno geschrieben wohin! Hey! Wir jonglieren dich, Bro! Ich geh schlafen! André hat wieder meinen Kill geklaut! Aber Damage Kalle fliegt jetzt auch, Digga! Achso! Wo ist er? Ich schick ihn schlafen! Okay, André? I'm survived! Oh yeah! Das ist nicht André, das ist... Das ist der hässliche Mehlkahn! Das ist der hässliche Mehlkahn, Bruder! Wir spielen bis... Ey, ich rast gleich aus! Ich schwöre, ich werde gleich die Aufnahme und dann werde ich euch komplett auseinandernehmen in deinem neuen Leben! Hey! Udermann hat andere Waffe! André? Udermann hat andere Waffe! Ich hab andere Waffe! André Farbe! André Garantie! André schieß es von hinten! Naja, mach! Alles cool! Ah, Vordi ist mirkahn! Ich schieß auf den Mehlkahn, alles cool! Alles cool! Ich hab ne Auto-Aid, du willst du nicht mal mit der treffig! Können wir kurz drüber reden? Das belästet mich! Ja, will ich! Warte mal kurz drüber reden, Jungs! Kommt drüber reden, Jungs! Kommt drüber reden! Hast aber so zu tun, als er hat das niemals gesagt! Egal! Da gibt Gantz, ich weiß aber nicht mal wo, er ist unsichtbar! Ich bin das! Woher kommst du jetzt, du Lelik! Wo dein Gantz hat sich gegen geschossen! Egal! Ich wollte ehrlich nur Kalle! Ja! Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab MbK-Skill! André hat mich! Ach, Digga! Es ist so los! Okay, Freunde, wir machen jetzt fertig! Die Aufnahme fertig, Bro! Mirka hat gewonnen! André zweiter, ich dritter Kalle! Letzter, Freunde! Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like oder Blablabla! Wenn ihr dabei seid wollt, schreibt unten was rein! Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Like, schreibt unten was rein! Ich hab meine Video, hier haben wir ein Video, ich hab meine Schreie... Pizza...